halli hallo leute willkommen zu einer neuen folge von kerbys dreamland nummero 3 und wir machen gleich los ich bin so heiß auf das game das ist unglaublich ich bin gerade aufgestanden und das erste was mir so einen sinn kam alter im kubi auf dem kubi auf alle machen wir das mal weil irgendwie ihr wisst ja blind und so und neues kerbyspiel irgendwie bin ich ganz nervös so da regnet so was da wo kam er komme da kommt nicht her so warum sind hier so viele steine i don't like stones so danke du arsch was bist du komm her alter was machst du gib mir alter fuju danke ach geht doch alle aus dem werk jetzt komme ich komme geht aus der weg ach ja ja ich bin mir noch ein bisschen müde obwohl ich wieder total über aktiv bin das passt trotzdem zusammen was geht hier gibt mir friends i like das ich mag das viel oh ja oh ja macht den propeller der helikopter ist ja macht ein helikopter alter was was war das alter das ist mal geil dass die überzeugt mich von mehr von tag zu tag mehr auch schon fertig soll ich gerade mitpüffeln naja egal das ist mal richtig geil ich mag das game ich finde es richtig schade dass es damals nie gespielt habe ich mag das spiel alter du bist ein affe bist ein affen junge oh mein gott was willst du von mir ich habe ich gesehen und ich habe mich auch gesehen ihr könnt mich nicht verarschen danke du hast mich verarscht ich kann alle decke rum machen ich kann auf dem wasser laufen ein moment moment wenn ich an die springe und sterben sie schon ja nee ist klar ach fuju es ist ja eigentlich dass ich gerade in dem moment wo ich das jetzt gerade aufnehmen ein paar splinter cell hochlade und das ganze einfach abgefuckte 35 minuten dauert weil der part einfach über eine halbe gigabyte groß ist das ist schon ein bisschen krank ist das erste mal dass ich mit sony vegas gerendert habe und es ist schon abgefuckt das ist schon eine riesen datei ich glaube in zukunft sollte ich doch lieber bei camtasia bleiben das macht nicht so abgefuckt große dateien ich komme da nicht hoch geht doch wow ihr seid sollte fehler also du bist doch garantiert auch eine attacke so eine wasserattacke wäre noch was echt geiles aber die gab es die gibt es ja an körbe nicht ja oh oh und das willst du das müssen ruhe was geht ab also immer wir haben stern fische hör auf zu kehren wir sind in einem waldgebiet da musst du nicht hören äh ich dachte schon joshi hey man kann kaputt machen das ist gut äh man verliert nicht seinen kumpel auf jeden fall das ist schon mal sehr wertvoll wertvolle erkenntnis vielleicht bei dem aggressiven muss man ausprobieren joshiii diese eier alter brücke du bewegst dich ok ich hätte gerne mal eine andere attacke jetzt mal ganz ehrlich ist ja langweilig immer die gleiche attacke zu haben du bist das gleiche verdammt nochmal don't get hang me please äh rechts links rechts gut äh hi äh auch falte falte taste wie wird mir das nein äh hä da und äh verarsching me now du gehst erstmal weg und dann mal schauen was das mit dir gibt also das ist diese hochattacke und du und du hast dann aha ok egal nehmen wir unseren hamster mit unseren lieben hamster den haben wir heute noch gar nicht gesehen glaube ich also ich meine in dem let's play so allgemein so meine ich das oh du du wie du es gibt da unten oh stern geh weg alle man kann auf die drauf moment sag wann kann man auf die gegner springen in kirby langsam wird es irgendwie langsam wird es mir zu mario hier oh je wir können auf die gegner springen moment es geht aber bestimmt bloß mit dem tierfreund nein wir können auch äh ey das ist mal Leute ich fühle mich hier zu sehr an mario erinnert naja egal au 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 ah ah das coole an dem hier an oh fick dich doch ich will was zeigen so äh man kann mit dem nicht saugen mit äh dem hamster sondern man kann bloß äh mund aufmachen auch mit mund äh in gegner rennen und dann kriegt man äh halt die viecher in den mund versteht sich von alleine so wollte ich nur mal zeigen stachel oh fuck you ach fuck you so extrem geht weg ich will mit euch nichts zu tun haben du da du da du da du 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 oh oh hol dir alles alles und dich nämlich mit oh man beachte die fresse von kirby Oh, ist episch. Und geschafft. Was willst du? Ach, Staggelrücken. Und... Äh... Yeah. Epic Fail. Äh, okay. So, woher kenne ich eigentlich die Musik? Ich weiß noch das Spiel noch nie gespielt, woher licassisch auch die Musik? Ach, komm dann. Nämlich, ich werde, du bist eh cooler. Oh yeah Tut mir leid, aber das Vieh ist cool. Ja, aber woher kenne ich die Musik? Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Also irgendwoher muss ich die Musik ja kennen. Es kann es sein, dass die gleiche Musik bei Crystal Charts ist? Maybe? I don't know. Oh, das ist ein Heißluftballon. Das ist so spinne. So cool. Nee, komm her. Ja, kann es sein, dass die Musik bei Crystal Charts dabei ist. Ich bin mir nicht sicher. Diese schwarzen Spinnen erinnert mich an das Game Limbo. Kennt das einer von euch? Limbo, schon mal gehört? So ein schwarz-weiß Game, so ein Indie-Game. Kann man bei Steam kaufen. Diese Spinnen erinnert mich ein bisschen an das Spiel. So. Stars. Guckt euch das Vieh mal an. Also wenn ihr euch Limbo kennt, guckt euch das Spinnenvieh an. Erinnert doch schon stark dran, oder? So ein bisschen. Egal. Alter, was bist du? Alter, ich bin gleich tot. Was soll das? What the fuu? Oh, I need this. Oh. Oder das. Nee. Nee, ich möchte das nicht. Ich kenn mich, sonst sterb ich. Ich will nicht sterben. No. War so klar. So. Go away. Go away. Oh, ja. Oh, ich bin gestorben. Gut, so viel dazu. Naja, wir haben noch genug Leben. Oh, du bringst mir viel. Du bringst mir wahrscheinlich genauso viel. A la furio. Fui. No. Oh, wieder rein. Ähm. Okay. Way. Das ist cool, dass man immer zwei, äh, man geht immer zwei Tierfreunde so nachher geschmissen. Das ist ganz lustig. Man kann sich immer so entscheiden zwischen zwei. Run. Run. Run, DMZ. So. Oh Gott, was geht hier ab? Was geht hier ab? Ich glaube, ich bin runter. Maybe I must, äh, round her. What the fuck? Was bist du? Weg. Zu viele Bäume. Ah, ich bin unten. Hm. Leben. Nein. Nein. Äh, what the fuck? Nein. Nein. Ihr seid doch, das war doch Absicht. Na gut, dann musst du halt leider Gottes weg. Tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Das Spiel hat mich verarscht. Äh, brauche ich nicht? Äh. Ach, die Steinattacke ist so unnötig. Warum gibt es die Steinattacke in dem Spiel? Lass die Steinattacke verschwinden und mach eine Wasserattacke oder sowas stattdessen. Mal ganz ernsthaft. Gibt es wirklich einen, der die Steinattacke ernsthaft nutzt in dem Spiel? Ich würde keinen kennen. Die Steinattacke ist doch so unnötig. Ende. 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 Was bist du? Geh weg. Neu. Ich habe mir gegeben. Ernsthaft. Geh weg. Geh weg. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gerade. Einen Ball. Ich will nochmal. Hihihi. Wie cool ist das? Nochmal. Hihihi. 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 Level 2. Ripple Field. Ripple Field. entropyers. Wie vieles. Spンamiland. Untertitelung des ZDF, 2020